Das Remington ProLyx 4 in 1. Dieses vielseitige Stylingwerkzeug kann Temperaturen von bis zu 210 Grad Celsius erreichen und ist für alle Haartypen geeignet. Es bietet fünf verschiedene Temperatureinstellungen, die sich an die Bedürfnisse deiner Haare anpassen lassen. Für dünnes, feines, gebleichtes oder geschädigtes Haar sind Temperaturen zwischen 150 und 175 Grad Celsius empfohlen. Gesundes und normales Haar kann bei Temperaturen zwischen 185 und 195 Grad Celsius gestylt werden. Wenn du sehr dickes Haar hast, das schwer zu frisieren ist, kannst du höhere Temperatureinstellungen fehlen. Mit dem Remington ProLyx kannst du vier verschiedene Looks kreieren. Natürliche Wellen, Meerjungfrauenwellen, Beachwaves oder definierte Wasserwellen. Du kannst die Größe und Definition der Wellen beeinflussen, indem du den mittleren Lockenstab in unterschiedlichen Positionen einstellst. In der niedrigsten Position erzielst du kleine natürliche Wellen für einen lockeren Look, während die höchste Position tiefe und strukturierte Wasserwellen erzeugt. Das Welleneisen heizt sich in nur 30 Sekunden auf und verfügt über eine Tastensperre, die verhindert, dass die Temperatur während des Stylings versehentlich verstellt wird. Die kühle Spitze des Geräts schützt deine Finger vor Verbrennung. Ein drei Meter langes Kabel mit Drehgelenk sorgt für einen großen Aktionsradius beim Styling. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Remington ProLyx 4in1 Welleneisen ein vielseitiges Stylingwerkzeug ist, das dir die Möglichkeit bietet, verschiedene Wellenlooks zu kreieren, unabhängig von deinem Haartyp. Mit seiner schnellen Aufheizzeit, Temperaturregelung und Sicherheitsmerkmalen ist es eine praktische Wahl für Styling-Enthusiasten. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.